Eigentlich sollte man in dieser Situation erwarten, dass zumindest die Geisteswissenschaften selbst an eine Überwindung der ihnen von Snow zugedachten marginalen Rolle und damit an eine Überwindung des Mythos von den zwei Kulturen denken. Doch weit gefehlt. Mit der sogenannten Kompensationstheorie assistieren die Geisteswissenschaften eben jenem Mythos, den es doch zu überwinden gilt. Diese Theorie besagt, dass die Geisteswissenschaften Modernisierungsschäden zu kompensieren haben, die durch das Tempo naturwissenschaftlicher und technischer Innovationen entstehen. In den Worten des Philosophen Odo Marquardt Die Geisteswissenschaften helfen den Traditionen, damit die Menschen die Modernisierungen aushalten können. Sie sind nicht modernisierungsfeindlich, sondern als Kompensation der Modernisierungsschäden gerade modernisierungsermöglichend. Marquards These, je moderner die moderne Welt wird, desto unvermeidlicher werden die Geisteswissenschaften, macht diese Vorstellung für viele Geisteswissenschaftler endgültig schmackhaft. Damit werden die Geisteswissenschaften aber in Wahrheit von der Bewegung der modernen Welt, deren Rationalität sie nicht teilen, abgekoppelt. Sie werden zur Nachhut, die selbst nicht weiß, wohin die Reise geht. Sie werden mit dem eigenen Blick zurück zu Ablenkungs- oder Beruhigungswissenschaften oder, nach dem Willen ihrer politischen Freunde, zu Akzeptanzwissenschaften. Sie sollen dafür sorgen, dass auch akzeptiert wird, was der naturwissenschaftliche und der technische Verstand schaffen. Mit anderen Worten, die Kompensationstheorie führt nur noch tiefer in die Verlegenheiten hinein, die der Mythos von den zwei Kulturen den Geisteswissenschaften bereitet. Hier wird gar nicht mehr versucht, die Geisteswissenschaften am Aufbau einer zukunftsfähigen Rationalität teilhaben zu lassen. Sie haben vielmehr bescheiden mit ihren Bewahrungs- und Erinnerungskompetenzen auszugleichen, was diejenigen Rationalitäten, die die Zukunft im Blut und die moderne Welt in der Hand haben, darunter nicht nur die naturwissenschaftlichen, sondern auch die technischen und ökonomischen Rationalitäten, an möglichen Verlusten mit sich führen. Auch andere Vorschläge, wonach aus den Geisteswissenschaften Passionswissenschaften, Seelenwissenschaften, Verfremdungswissenschaften oder Liebeswissenschaften werden sollen, was immer darunter zu verstehen ist, helfen da kaum weiter. Verstärkt wird die Krise der Geisteswissenschaften durch die Geisteswissenschaftler selbst noch auf eine andere, schon angedeutete Weise. Gequält von Selbstzweifeln halten sie die Diskussion um ihr vermeintliches Schicksal als zweite, als nachrangige Kultur in Gang, die ohne sie vermutlich längst zu den wissenschaftshistorischen Akten gelegt worden wäre. Dabei scheint die Geisteswissenschaften geradezu ein Sein zum Tode, ein Sein zum institutionellen Tode zu beherrschen. Wie anders soll man auch ihre Bereitschaft verstehen, sich mit der ihnen zugedachten Zwergenrolle unter den Wissenschaften zufriedenzugeben oder die Bereitschaft ihrer Selbstzweifel, die doch nur den wissenschaftsideologischen Fluch, der seit Snow über ihnen liegt, wachzuhalten. Auf der anderen Seite scheinen sie trotz dieses Seins zum institutionellen Tode, trotz Marginalisierung, Verzwergung und Selbstzweifel geradezu unsterblich zu sein, jedenfalls immer gebraucht zu werden. Wird nicht in jeder Festrede die Bildungsrolle der Geisteswissenschaften beschworen? Ihre Rolle als Hüterinnen von Kultur und Moral? Ruft nicht selbst der politische Verstand, wenn es um Orientierungsschwächen oder ganz allgemein um Orientierungsfragen in der Gesellschaft geht, nach den Geisteswissenschaften? Offenbar gehen Tadel und Lob, Marginalisierung und Unsterblichkeit ganz gut zusammen. An diesem Punkt ist ein kleiner griechischer Mythos lehrreich. Eos, Göttin der Morgenröte, die schönen Jünglingen nachstellt, erbittet für Titonos, ihre jüngste Beute von Zeus und Sterblichkeit, die auch gewährt wird. Sie vergisst aber Zeus zugleich um ewige Jugend für Titonos zu bitten. So geschieht das Unvermeidliche. Der Unsterbliche wird alt und grau. Als Eos das Lager nicht länger mit ihm teilen will, legt sie den eintrocknenden Gemahl in eine Wiege und hängt diese in ihrer Kammer auf. Schließlich verwandelt ihn Eos in eine Zikade, auf das er sie wenigstens mit seinem Zirpen erfreue. Ist den Geisteswissenschaften die Rolle unsterblicher Zikaden zugedacht, die mit wenig Auskommen und deren Zirpen eine nüchterne Welt, die sonst wenig schon gar nicht das Lager mit ihnen zu teilen sucht, erfreut? Vieles spricht dafür, dass dies in den Augen derjenigen, die ihre Hände am Hals der Geisteswissenschaften haben und ihnen freundliche Worte ins Ohr sprechen, in der Tat die Situation der Geisteswissenschaften in der modernen Welt ist, wobei, wie gesagt, noch hinzukommt, dass die Geisteswissenschaften offenbar mit dieser unangenehmen Situation zufrieden sind. Das heißt, dass sie, um noch einmal mit unserem Mythos zu sprechen, bereitwillig altern und ihre Wiegen lieben. Allerdings gibt es noch weitere Mythen, die sich am Rande der modernen Welt unter tätiger Mitwirkung der Geisteswissenschaften bilden. Diese Welt, die sich im Wesentlichen dem Wirken des naturwissenschaftlichen und des technischen Verstandes verdankt, weiß offenbar nicht so recht, wohin sie dieser Verstand führen wird und gerät dabei unversehens in ein dunkles Ahnen. So wird zum Beispiel von selbsternannten Experten unter Verweis auf die Fortschritte von Gen- und Informationstechnologie, Robotik und Hirnforschung mit prophetischem Gestus die Ablösung des Menschen durch die künstliche Intelligenz von Maschinen geweissagt. Da meint der eine, der Mensch sei auf dem besten Wege, sich selbst überflüssig zu machen. Da stellt der andere in merkwürdiger Selbstverleugnung fest, dass selbstreproduktive Maschinen über die erbärmlichen Formen menschlicher Selbstreproduktion und schwächer werdende menschliche Regieformen zu herrschen beginnen. Und da vermutet ein Dritter, dass sich der Mensch nur dadurch gegenüber den Robotern wird behaupten können, dass er selbst zum Roboter wird. Hier triumphiert, von den Medien lustvoll unterstützt, eine vagabundierende Fantasie über ein genaues Denken, Science Fiction über Science Reality. Und diese Fantasie, so scheint es, ist heute überall. Nun wären in einer zukünftigen Welt, die offenbar eine Welt ohne Menschen wäre, die Geisteswissenschaften in der Tat überflüssig. Denn was gäbe es in dieser Welt noch zu verstehen, was zu bedenken, was kritisch zu erwägen? Maschinen haben keine Probleme mit sich selbst und mit der Welt, allenfalls mit anderen Maschinen. Derartige Probleme aber werden nicht auf Menschenart, durch Nachdenken, kritisches Erwägen und Verstehen gelöst, sondern auf Maschinenart. Sinnbild einer solchen Maschinenwelt wäre nicht der Geisteswissenschaftler oder gar der Philosoph, sondern allenfalls, obwohl auch dieser nach unseren wackeren Sehern längst selbst zur Maschine geworden wäre, der Ingenieur. Adam und Eva wären in der Erinnerung der Maschinen nicht aus Fleisch und Blut, sondern primitive Maschinen, immerhin solche, die auf ihre Weise über eine Menschenwelt zur Genesis, einer Ingenieurwelt, beigetragen hätten. Derartige Träume sind, wie man sieht, kein Privileg der Geisteswissenschaften. Auch mancher Naturwissenschaftler liebt sie. Allerdings mischen die Geisteswissenschaften gelegentlich kräftig mit. Zum Beispiel, wenn, so recht nach dem Gefallen einer Welt, die sich mehr und mehr in eine Medienwelt verwandelt, der Weg von der begrifflichen Welt, zu der alle Wissenschaften gehören, zur Bilderwelt beschrieben wird. Da heißt es zum Beispiel, Alle unsere Maschinen sind Bildschirme, wir selbst sind Bildschirme geworden und das Verhältnis der Menschen zueinander ist das von Bildschirmen geworden. Oder Die Welt der Simulakra absorbiert den Schein und liquidiert das Reale. Und Die Bedeutung der Bilder ist magisch. Da wären wir also, wenn wir derartigen Deutern vertrauten, vom Rationalen, nachdem wir die Welt eingerichtet haben, und indem wir uns etwa in Wissenschaftsform zu orientieren suchen, unversehens wieder im Magischen angelangt. Ein weiteres Zitat. Das begriffliche Denken analysiert zwar das Magische, um es aus dem Weg zu räumen, aber das magische Denken schiebt sich ins Begriffliche, um ihm Bedeutung zu verleihen. Alles Begriffliche am Tropf des Magischen? Der Schamane als guter Nachbar des Wissenschaftlers und des modernen Menschen? Wohin sind wir gekommen? Schließlich ist vom Tod der Realität die Rede und von Virtualität als der einzig akzeptablen Theologie für unsere Zeit. Vor allem das Göttliche, das Himmlische, scheinen es unseren enthusiastischen Virtualitätsfreunden wahrhaft angetan zu haben. So heißt es an anderer Stelle, wiederum zum Lobe alles Virtuellen, es handelt sich zwar noch immer darum, das Menschliche dem Göttlichen anzunähern, aber diesmal sind es reale, greifbare, menschliche Kollektive, die gemeinsam ihre Himmel konstruieren, die ihr Licht aus Gedanken und Schöpfungen beziehen, welche hier unten entstehen. Was theologisch war, wird technologisch. Kein Zweifel, in derartigen Formulierungen übertrifft die Fantasie des Autors bei weitem die Fantasie seines Objekts. Wo der Himmel schon erreicht und die Symbiose mit einer göttlichen Lebensform nahe scheint, bleiben schließlich nur wenige Wünsche offen, scheint das Leben alles Irdische weit hinter sich gelassen zu haben, allerdings alles Verständliche wohl auch. Ausgerechnet dort, wo es technisch wird und das Technische in seiner Sprache erklärt sein will, berauscht sich der Verstand, hier ein medienwissenschaftlicher Verstand, an immer neuen, Himmel und Erde beschwörenden Einfällen. Es sind nicht zuletzt, neben Marginalisierung und Selbstzweifel, derartige Einfälle, die die Geisteswissenschaften in ihrem wissenschaftlichen Status sowohl von innen als auch von außen betrachtet gefährden. Medienwissenschaftler, die zu tief in die Augen der Medien gesehen haben, Literaturwissenschaftler, die sich als die besseren Philosophen verstehen, Historiker, die sich den Mantel des Weltgeistes umlegen, Philosophen auf dem Sprung aus der begrifflichen Welt in raunenden Tiefsinn, geraten immer wieder aus dem eigenen disziplinären Häuschen, allerdings gerade nicht in Richtung einer gemeinsamen, von allen geteilten Rationalität, von der gleich noch die Rede sein wird, sondern in Richtung Feuilleton, das alles erlaubt, und Wunderland, in dem alles möglich ist. Kehren wir aus der Welt der Fantasie, auch der wissenschaftlichen Fantasie, wieder in die eigentliche Welt der Wissenschaft zurück und spielen wir noch für einen Augenblick das Zwei-Kulturen-Spiel weiter. In diesem Spiel geht es um das Verhältnis zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften, das eigentlich ein Nicht-Verhältnis ist, und um die Rolle von Natur und Geist in diesem Nicht-Verhältnis. Was, so müsste man wohl fragen, macht im Selbstbewusstsein der Naturwissenschaften und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, häufig eben auch in der Selbstwahrnehmung der Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften eigentlich so überlegen? Ihr Gegenstand? Ihre Methode? Am Ende beide zu sein? Dann wird man sich aber fragen dürfen, ob etwa die Physik der Kugelsternhaufen oder die Chemie der Ketone wirklich wichtiger und bedeutender für uns und unsere Welt sind, als die Soziologie der Herrschaft oder die tiefen Grammatik der Sprache. Oder lehrt uns der Blick in die unendlichen Weiten des Universums wirklich Bedeutenderes als der Blick in das Auge des Anderen, zum Beispiel der liebende oder der hassende Blick? Sind Liebe und Tod weniger bedeutsam, auch im Forschungssinne, als Sternengeburten, dunkle Materie und schwarze Löcher? Es muss wohl etwas anderes sein. Vielleicht die Faszination gegenüber dem Unbegreifbaren, dass etwa das Universum mit seinem tiefen und seinem geheimnisvollen Anfang noch immer für uns ist? Vielleicht die Verbindung einer Welt jenseits unserer Welt, gemeint ist die Lebenswelt, mit einem überlegenen technischen Können, wie sie sich zum Beispiel in der Raumfahrt geltend und sogleich Fiction zum guten Nachbarn von Science macht? Ist es der Umstand, dass die Nähe und was wäre näher als Liebe und Tod, im Denken und im Bewusstsein klein macht, während die Ferne und die Dinge, die sie birgt, das Denken und seine Selbstwahrnehmung groß machen? Sind es die grandiosen Formen der Veranschaulichung, die uns das, was die Naturwissenschaften wissen, nahe bringen, während die Geisteswissenschaften mehr oder weniger noch immer auf Gutenbergs Spuren in die Bibliotheken führen? Es fällt schwer, derartige Fragen einigermaßen überzeugend zu beantworten und mit ihnen die Frage, was es rechtfertigt, zwischen zwei Wissenschaftskulturen in der dargestellten Weise zu unterscheiden. stehen. Werte einigermaßen mit ihnen d die